Hanbao Si, Tegor, Ihr Kochstudio, der Fünf-Elemente-Wissenschaften aus Schleswig-Holstein. Dank der Firma Li Qing Kong haben wir natürlich die richtigen Zutaten. Auch die Rezepte sind schwer traditionell und eigentlich dürfen wir die nicht vergraben. Ich darf alles im Fünf-Elemente-Rhythmus ab. Hier nun der geheime Chefkoch mariniertes, fein geschnittenes Puten-Steak-Fleisch. Zwiebeln drin und verschiedene Soßen und Knoblauch. Sie ahnen ja nicht, wie das duftet. Sofort richtet sich Milz und Leber zurecht. Die Sonne fängt an zu scheinen und das Grün fängt an zu zwitschern. Sie glauben es nicht. Das war Ihr Kerngitao Hanbao Si, Kochstudio. Bis zum Gitek. Das war Ihr Kerngitao Hanbao Si, Kochstudio. Bis zum Gitek. Bis zum Gitek. Bis zum Gitek.